hallo leute ja ich habe schon das gemisch geholt habe das hier drauf geschmissen und auch die forschungsstationen angeschmissen das ist jetzt unser nächstes ziel sozusagen dass wir das dann fertig kriegen und forschungspunkt hier generieren können da ist jetzt zu überlegen was wir als nächstes machen jetzt müssten wir mal gucken dass wir hier vielleicht erst ein oder andere den ein oder anderen rohstoff hier noch finden der hier vielleicht noch vergraben ist und den wir jetzt gerade auf der schneller nicht sehen aber brauchen würden wenn man das jetzt hier wüsste hier ist auch harz wieder noch mehr harz ich sehe aber keine anderen rohstoffe da oben ist so eine kapsel okay ich glaube wir müssen wegen sauerstoff schon wieder zurück hier rechts ist wieder gemisch okay hängen bleiben können wir uns nicht leisten wenn ich volle entfernung ausrollen zum laufen da müssen wir aufpassen gut ihr macht intro und dann gucken wir weiter ja ihr seid auf dem großbild intro war nicht und jetzt müssen wir mal gerade gucken hier haben wir unser harz weg was haben wir hier noch noch mehr gemisch finden wir hier noch irgendwie was brauchbares da ist was abgestürztes region täler da rechts sind so pflanzen da ist gemisch ja und dann heißt wieder zurück ok hier finden wir nix wir müssen irgendwie ein fahrzeug haben buggy oder so was dass wir hier ordentlich vorankommen so funktioniert das jetzt gerade nicht ja wir haben schwierigkeiten ich weiß das war knapp komisch dass wir zurück mehr brauchten wir hin gut unser drucker hat auf jeden fall unsere forschungsstation schon gemacht ja die können wir hier auspacken denke ich aber wir haben das problem dass wir noch eine plattform dafür brauchen ne oder wir switchen hier zwischen dem und dem das geht natürlich auch ne und ja das war falsch das wollte ich nicht und das was drinnen liegt will ich da jetzt natürlich auch nicht gerade forschen das ist vielleicht nicht die tolle idee das wolfram will ich jetzt nicht erforschen hier ist eine forschungsprobe die packen wir dann mal rein soll er die doch machen und einschalten das ganze so das läuft schon mal so wir brauchen wieder sauerstoff und da müssen wir gucken dass wir den buggy noch zurande kriegen lege ich den mal da oben drauf so drucker war da links hatten wir den ne genau das haben wir letztes mal noch umgebaut was können wir hier nur drucken was wollten wir hier vor allem drucken ne da ist ja schon keramik drauf aluminium fehlt uns da glaube wir noch ne genau so ist es dafür brauchen wir laterit aber wo finden wir hier laterit und wir müssen irgendwie an ein fahrzeug kommen anders funktioniert das jetzt hier nicht der sauerstoffmacher war das okay grundstoff und glas mittelgroßer generator brauchen wir nicht wo wir strom haben solarpanel mittelgroße plattform ja die können wir dann bauen mit harz mittelgroßes lager roversitz gemisch den können wir sogar hier anschmeißen wir haben zwei gemisch den brauchen auf jeden fall wenn wir ein rover haben kommen wir schon klein bisschen weiter ne ich müsste jetzt mal gerade das ding los werden hier ich glaube wir sind wieder mal vom sauerstoff getrennt genau so ist es so den roversitz haben wir jetzt brauchen nur den rover noch mittelgroße plattform mittelgroßes lager roversitz traktor hänger feststoffschule packer kleiner kanister arbeitslicht blutlicht dynamit wo ist denn jetzt der buggy oder was es war na super den kann man hier gar nicht bauen geh da noch mal rein bis zum sauerstoffmacher warte der war vorher da ist er und da brauchen wir das aluminium das war unser ziel hier definitiv jetzt lass mal gerade schauen wieso kann ich hier kein buggy bauen und hier kann ich dem ischen auch nicht bauen sauerstofffilter kleiner kanister kleiner generator leuchtfeuer arbeitslicht sauerstoff tank gelände analysator kann ich sogar hier bauen sehr interessant wir müssen mal gerade an die luft aber hier geht es jetzt nicht mit dem kleinen drucker wir haben ja noch einen anderen gebaut der hier sitzt können wir da denn ein buggy machen das kann man schon gebaut da ist der buggy aluminium was sonst super ja wo kriegst jetzt hier laterit weg schwierige sache oder ich kann mich von dieser plattform schlecht weg bewegen vielleicht kann ich das ein schredder konnte man den hier bauen aber weiß was wir für ein schredder brauchen warte mal handelsplattform wäre ich würde gerne an der luft sein und gleichzeitig da auswählen können geht das aber da sehe ich nix super warte mal rosa drucker nütz mix ich muss die rohstoffe sehen geht so so geht's forschungskammer extra auf das handelsplattform ich glaube wir sind jetzt hier so zu sagen ja soweit das war zwar was geschafft haben aber das war glaubt auch was zum forschen oder seltsamer gegenstand hatte mal benutzen ok keine ahnung was der macht ach so der bringt uns diese tollen lichter keine ahnung was er uns noch bringt die trieb das luft schöne musik ne schreiber 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 handelsplattform 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 ja ok bringt uns jetzt nicht weiter gut äh was können wir jetzt noch machen wir haben hier harz in der oma ecke liegen und mehr auch nicht den rover sitzt aber da fehlt uns der rover für wir kommen nicht weit weg weil alles hier sauerstoff technisch bringt es uns das nicht warte wir holen noch mal sauerstoff da vorne liegt auch noch was waren wir da schon weiß ich nicht weil hier ist auch noch was schut schut ausschalten kann ich nicht ausschalten dann lege ich das wieder darauf erstmal also das hat uns jetzt auch nicht geholfen wieder luft holen sehe ich da oben noch was liegen ne da ist das dingens doch schon äh da war vorhin gemisch hier können wir jetzt uns noch eine große forschungsgeschichte holen vielleicht so kann man besser laufen ja holen wir diese forschungsprobe noch ran sieht natürlich besonders schick aus das legen wir weg und den legen wir drauf weil der wird dann automatisch da ausgetauscht der hat ja einen tollen platz gefunden gut das teil ist aber nicht heile ne das wäre es nämlich gewesen hier ist ja nichts dran oder sowas ne was das das ist alles schrott schutt 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 alles schutt luft holen wieder ja schwierig so hier gibt es auch löcher in der erde ne aber will man die erforschen ist die frage ja da vorne sieht noch irgendwie was aus als was ist was ist das feststoff sprungbooster forschungsgegenstand ok den krieg ich jetzt nicht mit zack zurück sonst haben wir gleich keine luft mehr ja wir sind schon unterwegs ja ich glaube wir werden hier verkümmern sozusagen das bringt uns hier jetzt nicht weiter oder ich glaube wir müssen da hoch und da einsteigen und gucken dass wir dann wieder los kommen oder ja rakete nehmen und wegfliegen anders geht es glaube ich betreten ja ich glaube wir müssen aluminium mitbringen hierher um weiter zu kommen anders geht das nicht hier ist es etwas schwierig das zu finden lass uns aluminium holen egal wo weg so astropedia nee atrox nee wo sind denn unsere anderen planeten hier wesania novus silvia oder ja fliegen wir nach silvia ab nach hause und dann schauen dass wir da unsere heimat basis finden die ist da rechts oder und da müssen wir dann gucken dass wir triebwerk wahrscheinlich drunter machen neues und dann schauen dass wir definitiv aluminium mit haben und vielleicht auch das ein oder andere keine ahnung was das ist ein triebwerk oder ne das ist die landeplattform die wir da gar nicht brauchen ach guck mal wir hatten sogar hier ein dingens drin aber naja da war sowieso nichts zum mitnehmen aber wir können das hier raus machen und das hier befüllen das ist erstmal wichtig kohlenstoff nehmen wir auf jeden fall einen mit hier ist jetzt nichts besonderes was ich nehmen würde ist das aluminium ja das kommt da dran äh gemisch laterit brenner haben wir da können wir also auch das mitnehmen egal zink nehmen wir auch einen mit aluminium war natürlich mehrfach ne ist das da aluminium ja da ist noch eins ich glaube drei brauchen wir bestimmt der sauerstoffmacher war ja schon glaube ein aluminium oder wenn wir den haben dann könnte es schon besser werden so jetzt nochmal gerade hier gucken was das zinkblende ne das haben wir hier noch wolfram wolfram was ist das noch mehr wolfram um einen wolfram nehmen wir noch mit wo ist denn das teil wo ich mitnehmen wollte das hier ne jetzt haben wir noch ein platz 2 jetzt müssen wir noch genau überlegen was wir an dem einen platz machen was ist das hier eine kleine batterie ne strom haben wir da ja für stoffsprungbooster warte mal unser rucksack hier den können wir auch mal durch gucken ne der kann weg flutlicht energiezelle ja wir könnten natürlich jetzt gerade hier einen sauerstoffmacher bauen ne oder wie war das aber den kriegen wir nicht mit oder forschungsgegenstände liegen hier rum ich glaube das lassen wir alles so wie es ist forschungsgegenstände kommen doch hier hin oder ah warte die sind noch eingepackt die können wir erstmal auspacken und den packen wir auch noch aus und dann muss der doch hier drauf gehen geht er da nicht so drauf muss ich den dann ab machen und dann geht er da drauf ok dann geht er da drauf gut das haben wir das ist die landeplattform die brauche ich jetzt gerade nicht fehlt uns jetzt hier ein antriebsteil ich glaube ja ne was haben wir hier noch sauerstofffilter zwei stück glaube ne ja dann kommt er noch da drauf ich weiß zwar jetzt gerade nicht wofür er gut ist aber den nehmen wir mit so der kommt jetzt da oben rein und dann brauchen wir jetzt was waren das was wir brauchen für ein triebwerk bauen ist das hier triebwerk aluminium ammonium sehe ich nicht aluminium sehe ich ammonium wo bist du dahinten gut und der druck denn sehr gut ok da ist das schon geritzt das passt ich würde sagen wir machen hier auch erst wieder einen cut ich sehe zu dass ich dieses triebwerk dann da dran er kriege und dann fliegen wir dann wieder dahin und dann müssen wir gucken dass wir mit unserem aluminium da weiter kommen das ist das was wir brauchen achso warte mal ich muss das alte triebwerk erst abmachen bevor das neue geht gut wisst ihr bescheid ne ich kümmere mich darum dass wir da wieder hinkommen wenn wir da sind melde ich mich wieder in der nächsten folge ich weiß nicht ob wir noch was brauchen aber ich glaube gerade nicht alles klar recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch gerne überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wenn ich das nächste video hochlade gerne kommentar schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao